Also er selbst ist immer die größten Cadillacs gefahren, die es gibt und hatte da auch Spaß dran. Also damals, als es realisiert wurde, war es ein Riesentheater. Die eine Gruppe waren die absoluten Befürworter, die Fans, die gesagt haben, Mensch, das ist die größte und beste Skulptur von Wolf Hostel, die er je gemacht hat. Und der Platz ist perfekt ausgesucht am Rathenauplatz, wo ja tagtäglich zehntausende Autos um diese Skulptur herumfahren. Und mein Vater hat ja auch damals schon gesagt, das ist der Tanz um das goldene Kalb herum. Diese ganzen Autos, die je Tag und Nacht um die einbetonierten Cadillacs herumfahren. Also es gab wahnsinnig viele Fürsprachen und Befürworter und richtige Fangemeinschaften zu dieser Skulptur. Und dann gab es auch eine Gruppe, die waren genau das Gegenteil. Die haben es nicht verstanden, die haben es gehasst, die waren, die haben sich total provoziert gefühlt und die haben das irgendwie persönlich genommen. Und also das ging bis zu Bombendrohungen telefonisch und Leute, die unser Haus belagert haben und uns angesprochen haben. Also es gab sogar ein paar Wochen lang hatte ich ein bisschen Angst, aus dem Haus zu gehen. Also es war diese Antireaktionen, die so aggressiv waren, die habe ich bis heute nicht verstanden. Entsprechend war das auch in der Presse. Also wir haben ja alles archiviert, beziehungsweise mein Vater hat ja im Museum Forstel in Spanien auch das sogenannte Forstel Happening und Fluxus Archiv. Und in diesem Archiv sind tausende von Artikeln, die über diese Skulptur geschrieben worden sind zur damaligen Zeit. Und da war es auch Pro und Contra, da haben sich Initiativen gegründet, verschiedene Schriftsteller und Politiker auch, die sich entweder dafür oder dagegen auch öffentlich in Zeitungsartikeln ausgesprochen haben. Also im Grunde genommen, die gesamte Reaktion der Bevölkerung oder der Westberliner Gesellschaft war schon das eigentliche Happening. Also ich denke, mein Vater hatte auch Spaß dran. Als die Mauer gefallen ist am 9. November 1989, also zweieinhalb Jahre nach der Realisierung der 750-Jahr-Feier und der Skulptur der Betoncadilex, waren wir in Spanien und wir haben das im Fernsehen mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist. Und eigentlich wollten wir bis Ende des Jahres in Spanien bleiben, haben dann aber kurzfristig entschieden, sofort am nächsten Tag zum Flughafen zu fahren und die nächste Maschine nach Berlin zu nehmen, was wir dann auch getan haben, weil wir natürlich dieses Ereignis auch miterleben wollten in Berlin. Es war ja auch total beeindruckend, wie ja die Ostdeutschen Westberlin gestürmt haben. Also da gab es ja auch tolle Bilder in den Zeitungen. Ich erinnere mich an eine Fotografiestraße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Tausende von Trabis, der totale Stau. Es gibt auch tolle Bilder, die ich in Zeitungen gesehen habe, wo also auch die Skulptur der Betoncadilex umzingelt. Das ist von Trabis, die alle, also ganz viele sind, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal um die Skulptur, um diesen Platz immer rumherum gefahren, haben Fotos gemacht und sind dann weitergefahren zum Kurfürstendamm, weil der Rathenauplatz, wo die Skulptur steht, ist ja die Einfahrt zum Kurfürstendamm, also zur Westcity. Und mein Vater als Künstler, das Erste, was er gemacht hat, ist, sich gar nicht um die Leute zu kümmern, weder um die Westberliner noch um die Ostberliner, sondern er ist ins Atelier gefahren, hat Leinwände bestellt und hat angefangen, einen wunderbaren Bilderzyklus anzufertigen. Der heißt 9. November 89, Fall der Berliner Mauer. Also er war sofort aktiv und musste sofort als Künstler Kunst machen zu diesem Thema und dazu auch als Künstler Stellung beziehen. Die aggressiven, lauten Stimmen von damals sind mittlerweile verstummt. Wenn ich heute in Berlin unterwegs bin und mich Leute auf die Betoncadileks ansprechen, höre ich nur positive Reaktionen und Resonanzen. Und das beweist mal wieder, dass die Zeit im Grunde genommen alles regelt. Also man muss sich heute gar nicht so aufregen, denn in 20, 30, 50 Jahren sieht sowieso alles anders aus. Und heute kriege ich Reaktionen, dass die Leute mir sagen, ja, Mensch, toll, dass die Cadillacs da noch stehen, dass die nicht abgebaut worden sind, als einer der ganz wenigen Skulpturen, die von dem Skulpturenboulevard der 750er-Feier übrig geblieben sind. Dann sagen mir andere, Mensch, ihr müsst die mal wieder restaurieren. Und die sind schmutzig, die müssen sauber gemacht werden. Andere sagen mir, was ist mit der Wiese ringsherum, wer kümmert sich da drum? Also da ist, ich merke richtig, dass bei der Bevölkerung, jedenfalls mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, mir wirklich klargemacht wird, die Skulptur gehört zu Berlin. Und wir sind stolz, dass die Skulptur hier bei uns in unserer Stadt steht. Nachdem mein Vater verstorben war und die rechtliche Lage zwischen den Eigentümern der Skulptur, die meine Familie ist, und dem Land Berlin, die sozusagen den öffentlichen Platz zur Verfügung stellen, nachdem diese rechtliche Situation unklar war, haben wir mit unserem Rechtsanwalt gemeinsam mit dem Land Berlin einen Vertrag geschlossen, der diese ganzen Fragen regelt. Und auf der einen Seite müssen die Eigentümer, also wir als Familie, uns darum kümmern, dass die Skulptur nicht zerfällt, weil das möchte das Land Berlin, dass die Skulptur dort steht und dort auch stehen bleibt, hat aber keine finanziellen Mittel, sich um Restaurierung oder um andere Angelegenheiten zu dieser Skulptur zu kümmern. Muss sie auch nicht, weil ja das Land Berlin nicht der Eigentümer ist, sondern wir als Familie. Also wir als Familie kümmern uns um die Skulptur. Wenn sie restauriert werden muss, restaurieren wir sie. Aber nur so weit, wie es auch kein künstlerischer Eingriff ist. Also es sind nur technische Restaurierungen, die dort vollzogen werden müssen, regelmäßig. Und das Land Berlin trägt die Verantwortung, diesen Platz in Ordnung zu halten, kümmert sich abends um die Beleuchtungsanlage, dass die Skulptur abends gut aussieht, gut beleuchtet wird, ordentlich. Und das war es schon. Also insofern ist das mittlerweile schon vor vielen Jahren zwischen den Erben sozusagen und dem Land Berlin geklärt worden. Und da hatten wir auch überhaupt keine Schwierigkeiten, diesen Vertrag zu machen, weil wirklich alle daran interessiert waren, dass die Skulptur dort stehen bleibt. Also da gab es überhaupt keine Stimme aus überhaupt keinem Lager, die gesagt haben, hey, das könnt ihr nicht machen, wir wollen das nicht, die Skulptur soll weg. Also nichts dergleichen habe ich gehört. Es war genau das Gegenteil. Auch das Land Berlin ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wir müssen mal die Sache hier rechtlich absichern für uns beide. Es gibt einmal die Sicht des Künstlers, die im Grunde genommen die wichtigste Sichtweise ist, weil er als Künstler dieses Kunstwerk geschaffen hat. Deswegen ist seine Meinung zu diesem Thema der Restaurierung und zur Beschaffenheit der Skulptur und auch der zukünftigen Verwendung natürlich die wichtigste Meinung, weil er als Künstler der Autor dieses Kunstwerkes ist. Und dann gibt es aber noch andere Meinungen. Da sprechen sie die Musealisierung an. Dann kommen die Restauratoren, die Museumsleute, die Minister, die Bürgermeister, die Gesellschaft als solche und sagt, wir möchten das gerne erhalten, so lange wie möglich. Und gerade in der Fluxuskunst oder auch in der Kunst meines Vaters widersprechen sich diese beiden Positionen. Und unsere Aufgabe als Familie, als Erben, die halt auch diese Kunst geerbt haben und auch eine gewisse Verantwortung dem Werk des Künstlers gegenüber haben, müssen ständig jonglieren zwischen diesen beiden Positionen, zwischen der künstlerischen Position und der gesellschaftlich auch relevanten Position. Und manchmal ist das halt ein Lauf auf dem Drahtseil. Da muss man immer gucken, dass beide Teile zufrieden sind. Wenn es nach meinem Vater ginge, und es sind schon etliche Skulpturen nach diesem Konzept weltweit entstanden, stellt Bauter eine Skulptur. In diesem Fall sind es zwei amerikanische Cadillacs, die teilweise einbetoniert sind in der Form der nackten Macher und die stehen da und am besten, man fässt sie gar nicht mehr an. Und wenn sie verfallen und zerfallen, zerfallen sie halt. Weil das ist der Prozess auch des Dekollagierens. Und das ist auch der Lebensprozess. Auch wir sehen nicht immer so aus, wie wir heute aussehen. Auch wir sehen in 20, 30, 40 Jahren anders aus. Und auch wir zerfallen und sterben irgendwann mal. Also warum soll es die Kunst nicht auch tun? Nur, also das müssen wir natürlich berücksichtigen. Aber auf der anderen Seite ist die Gesellschafter, die Politiker, die Kuratoren, die Museumsleute, letztendlich auch der Betrieb des ganzen Kunsthandels, die sagen, hallo, das ist einer der wichtigsten Skulpturen von Wolf Hostel, einer der wichtigsten deutschen Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir dürfen diese Skulpturen nicht zerfallen lassen, wir müssen sie konservieren. Und so versuchen wir, beide Seiten zu bedienen. Ich kenne diesen Fragebogen und diese Frage und die Antwort meines Vaters. Und die ist mir oft durch den Kopf gegangen. Und sie ist mir natürlich das erste Mal durch den Kopf gegangen, als ich das gelesen habe, vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal. Und ich habe ihn auch gefragt, was er damit meint. Und seitdem stelle ich mir immer wieder die Frage. Und heute, wenn ich mir heute die Frage stelle, dann würde ich mir selbst antworten, eigentlich wäre ich gerne mein Sohn. Und jetzt, wenn ich immer wieder die Frage stelle, Vielen Dank.